So Leute und Willkommen zurück zu Resident Revelations Im letzten Part sind wir ja hier gelandet Auf einmal kam so ein komisches Geräusch Hat sich wieder so angehört wie ein Boss Wir haben ja ein schönes in der MP5 gefunden Ich möchte nicht wissen was da kommt Oh mein Gott Da ist noch was Hallo Jemand zu Hause Da kam der letzte eine aus der Waschmaschine Ich möchte echt nicht wissen was da jetzt wieder aufkommt Rachel mutiert Die Leiche ist sicher mutiert Das kann natürlich sein Einmal so dunkel hier Verdammt Okay Es war hier Oh mein Gott Nein Ich erschreck mich Ich weiß es Oh mein Gott Oh mein Gott Oh je Jetzt passiert Die ist weg Speichern Okay Das war das vorführen Geräusch Es hat sich angehört wie der eine Kapitän Kapitän Blaubeer Da liegt sonst gar nichts mehr Dann lesen wir mal Da liegt ein Büchlein Vor allem mal liegt da ein Büchlein Verfasser unbekannt Ich wurde zu dieser Mission gezwungen Ich wollte keinen Job annehmen Der mich ins Grab bringt Wie auch immer Phase 1 ist erledigt Ich habe den Schlüssel zum Frachtaufentzug Jetzt habe ich Zugang zum Kielraum Dieses Schiff wurde für die Anschläge auf Terakrigia Oder wie es auch immer Komische Stadt Vor einem Jahr als Kommandozentrale genutzt Im Vordeck habe ich die Drohne entdeckt Mit der der Virus versprüht wurde Die Drohne zu finden war Glück Aus dem Nichts von einem Monster angegriffen Zu werden war Pech Ich wusste sofort Dass ich diese Mission hassen würde Mein Kopf fühlt sich an Als ob der gleich platzt Ein Auge ist schon weg Kann kaum sehen Und mir ist übel Die Arme fühlen sich auch komisch an Mein rechter Arm ist zweigeteilt Ein Blut überströmt Kann meine Knochen sehen Brauche dringend einen Arzt Die Schrift ist mit Blut bedeckt Es hört sich an wie nach einem Boss Waa WTF 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 Scheiße Alter Soll sie fangen Ey das ist doch Oh nee Die erschreckt mich sicher Okay 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 Wuh Wuh Bekiss dich Uncool Waa Ey das ist doch voll uncool Alter Wo ist die hin Nein Bin ich lesen Nein da ist doch keine Zeit Die haben sie schon gelesen Kommt hier nicht rein Die steht genau vor der Tür Wie hält sich ja Bös viel da aus Naja muss ich halt Bös viel da aus Und ab einfach Ich will dich Töten Hat wirklich ab? Glaubst du nicht? Oh, dann kommen wir noch mit Freunde. Sie flieht. Sie ist in den Rohren. Los, sie könnte den Schlüssel haben. Ja, sie hat auch den Schlüssel. Die Rohre sind verbunden. Okay, schon unterwegs. Ich komme gleich zu deiner Position. Wo ist sie denn? Wo bist du? Parker, komm! Du dumme Kuh! Alter! Wo ist sie jetzt? Immer noch da drin. Oh, Parker, komm jetzt endlich! Ich komme ja gar nicht weiter. Oder bin ich jetzt gelöst? Na doch, ja. Ich muss jetzt zurückrennen? Kommt der jetzt her? Oder ist los? Ne, ich muss sie töten. Ey, das war jetzt aber voll uncool. Ey, frisst doch jemand anders. Sollte nur Waffe wechseln, aber das hat er auch nicht gemacht. Jetzt haut sie wieder ab. Mann, jetzt haut sie wieder ab, die blöde Kuh. Ich muss sie wieder weiter. Ey, Schrottgewehr. Schrottgewehr. Ich hab grad voll im Dunkeln, ey. Ich hab mich von dem Schock noch nicht erholt. Vielleicht auch ein kurzer Bezug herabschied. Ja, ich hab mich von dem Schock noch nicht erholt. Ich habe immer mehr gegründet, die blöde Kuhl waren einen und die blöde Kuhl waren. Und dann haben wir noch nicht erholt. Naja, die blöde Kuhl waren wir sie incorporated. MDR für die blöde Kuhl waren wir aber sie besagt. Ne, die blöde Kuhl war so schnell. Wo kommt sie los? Was ist das? Genau, du musst, was? Was? Schnell! tot abgehauen wieder mein gott ey das ist voll uncool Haka komm doch ich muss den je in den Raum locken wahrscheinlich nicht ja toll mein gott geht die mir auf den Sack geht die mir voll auf den Sack die will nicht sterben stirb ja die rennt da nur ganz nett rum wieso im nächsten Raum kommt eh wieder oh dreckszombie hallo bloß in Ruhe die kommt hier nochmal ja guck war so klar wow wow nein leider nicht mach sie kaputt mach sie kaputt mach sie kaputt oh 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 mach sie mal durch nein jetzt bin ich gestorben verdammt ja toll so viel money habe ich gar nicht um die irgendwas zu töten fort setzen fort setzen toll so oft wie die kommt der hätte wieder voll das ist wieder so ein boss der viel aushält das ist voll uncool eindeutig was will man da noch groß machen wa kann man da einen Plan machen weiß ich nicht ah ich starte hier wieder ja super jetzt hab irgendwie eine besondere Sache die ich machen kann ich glaub nicht ich glaubs nicht ich glaubs nicht ja ich weiß hallo ich hab sie gefunden aber sie ist ein zombie ja das wissen wir ist das nicht immer so ach Gott ja komm ja komm ich hab ihn nicht so viel aus hot up da kommt doch noch so ein anderes Viech oder nicht sie fliegt sie ist in den Rohren sie ist in den Rohren sie ist in den Rohren sie hinter der Schlüssel haben die Rohre sind verbunden oh shit ich brauch Muni okay schon unterwegs stirb ja ich glaub ihn direkt in die Arme ja typisch oh stirb bitte auf Muni mein Gott ist so eine Sache allen Räumen liegt wahrscheinlich nur Huni die hilft am besten wie kommt sie erst wieder Alter ich brauch ihn nicht töten das ist unnötig Alter hat mich der wieder erschrocken ach so äh falsche Tür da muss ich rein da muss ich rein ja komm komm du Drecksviech komm du Drecksviech oh du kommst ja von hinten oder du freundlich wie du das Viech Alter ich bin bei dir auch vorbei will dich nicht töten ist unnötig die kommt jetzt gleich nochmal da kam die doch nochmal Ja, genau. Drecks Viech, Alter. Ja. Aha, gar nicht so weiter, ne? Oh, Gott, ich stehe. Okay. Weiter geht's. Diesmal sind wir ein bisschen schneller. Granaten haben schon was gebracht. Also eine Granate. Zumindest. Ha? Hat es dich erwischt? Wie ist das? Ja, das reicht sogar. Eine Granate reicht. Ausweichmeister. Ich bin der Ausweichmeister. Gibt's ja noch Muni. Ne. Weiter geht's. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Stier. ねern. Ich hab's ja noch nicht. Ich hab's. Ich hab's. Ja genau, ist doch uncool, die Anna steht doch vor mir, lass mal kurz raus hier, boah, muss ja irgendwas machen, hin oder rein, oh, war das gut oder nicht, ist ja gar nicht tot, jetzt ist er tot oder, jetzt ist er tot, ihr habt es geschafft, wuuuuh, stirb, wir haben den Schlüssel, dann würde ich mal sagen, das war jetzt wieder ein harter Boss, wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part, wo bin ich dann überhaupt, ach hier, ja, seid dabei, es war anstrengend, wir laufen glaube ich noch ein paar Schritte, oder, ach ne, wir warten hier, seid dabei im nächsten Part, bis dann Leute, bewertet ihn, vergesst nicht den Kommentar drunter und bis dann, ciao, ciao! Hallo! 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 vielleicht nutzen sie einfach jeden moment geht es eher darum diese schiff zum laufen zu bringen ich höre etwas direkt in die tief in der Hülle die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020